Servus, ich bin der Johannes. Ich bin in Deutschland verantwortlich für Salomon. Alles, was mit Wintersport zu tun hat, das heißt auch für Helme und Brillen. Ich möchte euch kurz unsere neue 4.7 Special Edition vorstellen. Warum Special Edition? Salomon wird im Jahr 2017 70 Jahre alt. Wir wurden im Jahr 1947 gegründet und aus dem Grund haben wir versucht, unser altes Logo, unsere alten Farben, da wo wir herkommen, in der neuen Brille, in dem neuen Modell zu vereinen. Das heißt, der Strap und so wie die Brille konstruiert ist, erinnert ein bisschen an die Ursprünge von Salomon, vor allem das Logo hier an der Seite. Das Neue an der Brille ist unser Custom ID-Fit Anpassungssystem in den Brillen. Das heißt, unser Rahmen ist immer viergeteilt bei unseren Brillen. Die Seiten können sich individuell an jedes Gesicht anpassen. Dadurch habe ich eine bessere Passform. Die Brille drückt weniger. Und das Ziel von dem Ganzen ist eigentlich, dass ich die Brille beim Skifahren möglichst nicht spüre. Wie gesagt, 70 Jahre Version von Salomon. 4.7 Special Edition.